Sieben Jahrzehnte Stimmegeschichte. Wir sind im Jahr 1951 angekommen. Und wenn man sich die Ausgabe vom 10. Dezember anschaut, dann war damals natürlich das Top-Thema die Abstimmung in den verschiedenen Ländern, als der neue Südweststaat gebildet wurde. Dem widmete man natürlich auch eine komplette Ergebnisspalte, wie in Heilbronn-Stadt, im Heilbronn-Land, im Bereich Künzelsau, mehrheitlich mit mehr als 90 Prozent für die Bildung des neuen Bundeslandes gestimmt wurde. Und was auch damals ein ganz interessantes Thema war, schon 1951 erstmals durften deutsche Abgeordnete und Delegierte vor der UN-Vollversammlung sprechen. Und deren Wunsch war, dringend eine Wiedervereinigung voranzutreiben. Wir alle wissen, wie lange das noch gedauert hat. Und das war die Zeitreise mit dem Jahr 1951. Weiter geht's. Ein Jahr später.